Ich durfte heute Walter Röhrl kennenlernen, eine Legende. Und eine andere Legende stand da auch noch dabei. Mit der blauen Mütze, Niki Lauda. Ja, aber das ist schon was. So ein Walter Röhrl, der bedeutet auch den ganz jungen Formel-1-Fahrern noch was. Ja, der bedeutet wirklich was. Einer der größten für mich überhaupt. Ja? Ja. Auf welchem Niveau? Senderniveau oder wie siehst du den? Ja, absolut. Der ist im Rallysport, wie es damals noch richtig rund ging, wo man wirklich noch Auto fahren musste. War der für mich der größte überhaupt. Okay. Und der ist er heute noch natürlich. Also ein toller Typ, der war aber vorhin auch kurz bei uns am Mikrofon und hat die weite Reise hier nach Australien gemacht.